Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, eine neue Episode. In den Erlebnistagen oder während den Erlebnistagen im Leicester Nürnberg, die waren Ende Juli hier in Nürnberg, kam eine Idee auf oder kamen, eigentlich kamen die Referenten Adrian Bedoy und Tim Hillemacher, die kamen, haben einen Vortrag gehalten und hatten jemanden mit. Und dann kam so eigentlich das nette Mädel, das da mit war, die junge Dame, die soll ja die Ausbildung bei ihrem Unternehmen, also ein Unternehmen von Corporate Inspiration machen. Und dort gibt es eine Idee zu sagen, sie soll das mit Leica machen. Und über diese Initialisierung, über Idee und was da dahinter steckt, Sie können sich vorstellen, sehr geehrte Damen und Herren, das war spannend für mich. Da kam sie jetzt nicht drum herum, auch wenn wir das mehrmals verschoben haben, hier im Podcast aufzutauchen. Lassen Sie mich begrüßen, Liescher Höser. Servus, schön, dass du doch noch Zeit gefunden hast, bei all diesem Lernen, Arbeiten und noch Leica hier einmal darüber zu reden, um was es denn gleich gehen wird. Ja, danke schön, dass du mit mir quatschen möchtest darüber. Es gibt nämlich ein Projekt und das heißt, Liescher lernt Leica. Ja, also L, L, L oder L hoch drei oder irgendwas in der Art. Vielleicht ganz kurz zu dir, du arbeitest bei Corporate Inspiration. Genau. Das ist eine Art Werbeagentur, eine große, wenn ich das mit meinen Worten zusammenfassen kann, aber du kannst es sicher besser beschreiben. Also es ist quasi eine Werbeagentur, aber auch eine Produktionszimmer. Wir machen so ein bisschen beides. Meine Ausbildung ist Mediengestaltung und ich gerade mache es Mediengestaltung, Bild und Ton. Also eigentlich eher Bewegtbild und Film, aber dadurch, dass wir halt alles machen, machen wir auch viel Eventfotografie und alles Mögliche. Deswegen habe ich auch dann im Bereich Fotografie schon ein bisschen meine Erfahrung gesammelt und von Filmen, Fotoproduktion hin zu, wie gesagt, kleinen Events, irgendwie Mitarbeitenden-Events für Vodafone oder auch größere Events, Produktvorstellungen von Lancome, Ex-Solore, etc. Und ja, das sind so die Dinger, die ich mache. Das klingt spannend. Und jetzt hast du das große Glück, vielleicht muss man deinen, ich glaube, Chef, wenn man das jetzt so sehen will, Adrian Beroi, der war bei mir im Podcast, ist, also nachdem ich weiß, was er im Vortrag gehalten hat, ich dachte, er ist Künstler, aber da ist er viel mehr. Auf jeden Fall war er am 12.01. diesen Jahres im Podcast für all diejenigen, die das nachhören möchten. Und dann gibt es einen zweiten, einen Arbeitskollegen, glaube ich, von der Stufe her, Tim Hillemacher und Tim war auch bei mir im Podcast am 13.12. letzten Jahres. Da kann man sich die beiden einmal anhören. Und das sind ja, naja, man kann schon auch sagen, Fanboys. Tim war, glaube ich, der, der gesagt hat, der hat die Kamera dann am Nachtkästchen stehen, wenn er schlafen geht. Jetzt hat er Nachwuchs, jetzt hoffe ich, dass nicht die Kamera das Wichtigere ist, sondern eher der Nachwuchs. Aber du hast also den großen Vorteil, dass du da ein Repertoire von Kameras, von Equipment natürlich hast. Und warum kommt dann eine junge Dame, wenn ich dich so nennen darf, ich hoffe, das verzeiht man mir und nimmt mir nicht übel, die, wenn man Instagram anschaut, ja, die, lass mich sagen, typischen Bilder macht. Also nicht unbedingt die künstlerischen Ergebnisse darstellt, sondern Instagram nutzt, wie man Instagram nutzt. Ja, also mein Instagram ist, glaube ich, eher repräsentativ für mich als Person. Und jetzt die Bilder, die ich jetzt zum Beispiel mit der Leica gemacht habe oder die Bilder, die ich jetzt auch mal so privat für meinen Freund mache, ich fotografiere primär eigentlich analog, mit irgendwelchen Analogkameras, die ich von Ebay habe oder jetzt habe ich auch einen Büro im Keller gefunden. Und die sind da eher nicht so zu finden. Irgendwie dieses nach draußen zu tragen, an dem Punkt bin ich auf jeden Fall noch nicht. Ich mache das gerade erst mal eher noch für mich selber. Ja, das ist ja ein guter Anfang. Warum? Fotografie, Mediengestaltung. Ja, Agentur ist schon okay, aber du hast analog schon vor deiner Ausbildung fotografiert, hast du erzählt, das ist ja nicht unbedingt das klassische Hobby. Oh, ich glaube tatsächlich jetzt gerade so in Großstädten, wenn man irgendwie in Köln oder Nähe Düsseldorf oder so, also die Firma für dich, also Corporate Inspiration liegt in Düsseldorf, ich wohne in Köln, ich komme auch aus dem Vorrat von Düsseldorf und ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen trendbedingt war, weil es die Leute im Umfeld halt angefangen haben zu analog zu fotografieren. Einen Vortrag, den ich auch bei den Leica Days gehört habe, ich weiß nicht mehr von wem der war, doch weiß ich, wie hieß der nochmal? Der, egal, du weißt auch, was ich meine, glaube ich. Nein, noch nicht. Warum ich da, warum analog halt dann so beliebt war, ist ein bisschen dieses melancholische, sieht aus wie ein altes Bild, irgendwie fängt ein Moment an, wo man dann halt nicht nochmal gucken kann, wo dann auch, hier kommen wir zur Leica, man es auch ein bisschen mit der Leica M vielleicht dann auch vergleichen kann, weil das hat nicht so mit dem Handy mal 10.000 Fotos und bla, sondern man muss ja auch wirklich sich damit die Zeit nehmen und so, ist das bei deiner Logfotografie auch. Ich glaube, dass ich das einmal aus dem Trend heraus ein bisschen gemacht habe, weil es irgendwie, also ich habe noch vorher angefangen mit Einwegkameras. Kennst du die von dm, diese Einweg-Sex-Self-Kameras? So ganz so jung bin ich auch nicht mehr. Weil die habe ich, weil das habe ich gemacht mit so, boah, 14,15 schauen und dann habe ich jede Woche mir so eine Einwegkamera bei dm geholt und dann eine weggeschossen und dann musste man sich halt immer eine neue holen. Dann war ich irgendwann so, okay, ist gerade anscheinend auch cool und mir macht das Spaß, jetzt hole ich mir so eine Analogkamera. Und medienaffin war ich schon immer. Also ich wollte, als ich ganz klein war, Schaustellerin werden, dann wollte ich Moderatorin werden, dann wollte ich Journalistin werden, dann Producerin und irgendwie. Es ist immer die Medienbranche gewesen und danach meistens, aber eigentlich eher Film. Und ja, dann habe ich angefangen zu studieren, wollte ich, glaube ich, Oberbeleuchterin machen möchte vielleicht und jetzt irgendwie, ja, Mediengestaltung geworden und dazu gehört dann anscheinend auch Fotografie, was ich auch mega cool finde. Und tatsächlich macht mir das Fotografieren auch ein bisschen mehr Spaß als das Film. Also mir macht das mehr Spaß, das Endprodukt vom Film zu sehen, muss ich sagen. Und auch diese komplette Vorbereitung und das Umsetzen und wie es dann am Ende aussieht. Aber so eine Kamera in der Hand zu haben und dann irgendwie was zu sehen und zu denken, boah, das sieht so cool aus, ich möchte das jetzt irgendwie einfangen und dann halt abzudrücken und dann das so zu sehen, ist irgendwie ein geileres Gefühl, muss ich zugeben. Spricht das dann nicht für die digitale Fotografie, dass du sagst, du drückst ab und du siehst es, denn du sprichst gerade von analog oder hast von analog gesprochen. Also wenn du die Box bei dem DM geholt hast, wie ich das gemacht habe, da gab es oft keine Alternativen. Also das war nicht die Jux und Spaß, sondern das war halt so. Irgend so eine Kodak-Box, die man, also wir reden jetzt nicht von der, die beim Autoset irgendwo dabei ist, um Umfeld zu dokumentieren. Aber spricht das dieses, es macht Spaß und das dann anzuschauen, nicht eher dann für die digitale, schnell über ihre Welt? Also ich finde das halt schön, dann auch irgendwie darauf warten zu müssen teilweise. Ich habe bestimmt noch fünf, sechs Filme zu Hause, weil ich es immer vergesse, die abzugeben und manchmal sind das Filme, die sind zwei, drei Jahre alt oder ein paar Monate alt und dann sehe ich die und denke so, ach krass, das war ja da. Also ich finde das schön, dass ich quasi die Möglichkeit habe, irgendwie jetzt mit meinem Handy analog, aber auch digital zu fotografieren. Das hat ja auch alles immer so ein bisschen seinen eigenen Slayer, seinen eigenen Stil, was ich auch cool finde. Zum Beispiel jetzt sind ja gerade diese Digitalkameras wieder cool und die sehen ja nochmal vom Look ganz anders aus als jetzt eine Leica, aber ganz anders als eine Canon und ganz anders als ein Analogbild oder ein Handyfoto. Und das finde ich auch irgendwie schön, dass man halt sich überlegen kann, okay, ist das jetzt ein Moment, den ich irgendwie melancholisch in Erinnerung haben möchte? Mache ich den jetzt mit einer Analogkamera? Oder ich finde, wie gesagt, die Leica hat auch irgendwie nochmal so ein bisschen was Weicheres als jetzt die meisten Digitalkameras? Oder möchte ich das jetzt einfach, möchte ich ein cooles Bild für mein Insta-Profil oder für irgendwas anderes? Oder will ich das nur einfach kurz, dass ich das mal eben schnell wieder habe, auf dem Handy haben? Also ich finde, das ist sehr virtuosabhängig. Wie groß ist dann aber die Chance, dass du sagst, du machst jetzt ein analoges Bild und das landet dann auch in deinem Instagram-Account? Wenn du das jetzt so formulierst, sind das ja eigentlich unterschiedliche Szenen oder Gefühle. Du hast auf der einen Seite dieses analoge Gefühl. Das ist ja nicht unbedingt das, was Instagram widerspielt. Ich muss mal das Fenster dazu machen. Sag mal. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Bubble-und-Szenen-Ding. Also ich glaube, ich habe viele Leute, die Analogkamera, also Analog-Profile haben. Die haben dann ein Profil nur für Analogfotos oder nur für deren Fotos generell, ob das jetzt analog, digital ist, whatever. Und dann natürlich eins, was repräsentativ für einen selber ist. Und ich glaube, dadurch, dass der Content, den ich gerade mache, ich bin ja auch keine Content-Creator und ich mache das ja nur so ein bisschen auch Spaß, der aber nicht diesem Content entspricht und nicht dieser Ästhetik, mache ich es einfach nicht, obwohl ich es gerne machen würde. Also ich habe schon relativ viele Fotos, die ich schön finde. Meistens sind das Personen, die ich fotografiere, irgendwie Leute, die ich gerne habe. Man ist irgendwie unterwegs oder mal im Urlaub oder so. Und die würde ich auf jeden Fall auch posten. Aber da geht es eher darum, dass ich das so, ich manchmal so ein bisschen eine Unsicherheit habe, weil ich mich noch nicht selber als Fotografin oder als Mediengestalterin sehe, weil ich da noch so frisch drin bin. Und einmal, dass ich irgendwie, ich glaube, ich bräuchte tatsächlich auch nochmal so ein Extraprofil. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich mich jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetze. Weil jetzt habe ich meinen Vlog auch schon fertig geschnitten, der ist noch nicht hochgeladen. Habe auch schon eine Website erstellt mit Canva. Und gleich bietet es sich jetzt demnächst irgendwie nochmal eine Möglichkeit, dann halt die Sachen auch nochmal zu zeigen, die man macht, die man dann, also auf einem anderen Profil einfach, dass ich dann nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt dann irgendwie das und das Raster reinpassen oder das muss jetzt so oder so aussehen am Ende. Erfrisch und gut. Lisha lernt Laika. Ähm. Lisha lernt Laika. Ich darf das nicht sagen. Tim hat mit, Tim hat, Tim hat, Tim hat, Tim hat, Tim hat, Tim hat, Tim hat erzählt, ich wollte Lisha lernt M sagen überhaupt. Achso, ja. Ohne Laika. Aber Tim meint, das muss Lisha lernt Laika, weil es kann ja sein, dass du auch ein anderes Modell und nicht nur die Klinik nutzen darfst. Dann haben wir jetzt Phase 1. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, hier in Nürnberg oder euch drei geht es da schon primär jetzt einmal um die Laika. Und ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer, wenn sie von Laika reden, reden von der M, weil halt das dieses Ding ist, dass es jetzt seit 75 Jahren gibt in diesem Jahr. Also Lisha lernt Laika. Was ist das? Was wird das? Was kann man sich vorstellen, außer dass es spannend wird? Ja, ich finde auch geschrieben, dass es das wird. Ich habe jetzt, also erstmal wurde mir das quasi so halb als Aufgabe gegeben, halb wollte ich es auch selber, beziehungsweise wurde ich gefragt, ob ich da Lust drauf habe. Und ich sage, ja, ich habe eigentlich immer Bock auf so Projekte und auch mal so Sachen einfach eigenständig zu machen und mal so gucken, wohin es geht. Finde ich halt auch super spannend. Und ja, da ging es jetzt erstmal einfach darum, die in die Hand zu nehmen, also gar nicht mehr. Mal ein bisschen rum zu fotografieren, zu gucken, ob es mir das Spaß macht. Zu gucken, ob es keinen Spaß macht. Tim und Adrian meinten direkt auch zu mir, du wirst bestimmt voll frustriert sein. Mal gucken, ob dir das direkt gefällt. Und weil man halt diese Zeit sich nehmen muss und man nicht so einfach, wie man das gewohnt ist, mit Automatik dann da irgendwie hier ISO-Auto und bla und dann einmal loschießen. Sondern man muss ja wirklich dann halt auch sich die Zeit nehmen. Und es ging einfach nur erstmal darum, das zu machen und zu gucken, ob ich überhaupt Bock drauf habe, ob es mir überhaupt gefällt. Und um darüber zu reden, wie sich das so anfühlt. Du sprichst natürlich ein heikles Thema an. Also diejenigen, die hier und da meinen Podcast hören, wissen, wenn wir von Laika reden und von Angreifen reden und von Fühlen reden, dann reden wir in der Regel am Ende von viel Geld. Ja, also wir reden zwar jetzt nicht über das Geld, aber das ist in der Regel dann so der Prozess, den du hast, weil sobald du das Ding einmal in der Hand hast, gibt es entweder verliebt oder Hass. Nachdem du jetzt hier sitzt, ist es nicht mehr der Hass oder der Hass ist zumindest schon mal vorüber, das Tal der Leiden. Hatte ich auch gar nicht tatsächlich, muss ich es ehrlich sagen. Ich habe direkt Spaß. Also ich habe die in der Hand gehabt und ich war und ich hatte direkt Spaß dran. Also ich fand es gerade so schön, dass man das so ein bisschen entschleunigt. Das wird dann in dem Blog, sage ich das auch nochmal alles. Aber dass es so eine Entschleunigung ist, dass man halt, ich finde das auch irgendwie cool, dass man diese Bilder so übereinander fliehen muss, um das Schaf zu stellen. Finde ich irgendwie süß. Gefühlt finde ich, finde ich auch. Und am Ende die Bilder, als ich mir die dann zu Hause angeguckt habe, habe ich irgendwie schon erwartet, dass die ein bisschen schärfer sind, als ich gedacht hatte, muss ich sagen. Man hat dann, also auf dem kleinen Monitor, weil ich war, boah, voll gut. Ich bin ja voll krass. Und das 50. war dann doch nicht so gut, wie erwartet. Aber mir macht es trotzdem Spaß und ich habe auch Bock, wenn ich mehr Zeit zünde demnächst, überlege ich mir vielleicht auch mal vielleicht sogar eine kleine Serie. Weil ich glaube, das habe ich auch jetzt bei einem der Workshops, bei den Vorträgen gehört. Und das fand ich irgendwie gut, weil mir fällt es halt super schwer, dann irgendwie am Ball zu bleiben und zu sagen, ich nehme die jetzt einfach mit raus, auch jetzt hier, um ganz kurz auf den Preisfaktor zu gehen. Meine Analogkameras nehme ich auch mit zu ein paar Jahren. Und dann schiebe ich mal so und so. Und dann kann ich die aber überall mitnehmen. Guck mal, und die Leihkasse ja erstens, was ich meine. Und zweitens bin ich da auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger. Wenn ich mir vielleicht eine Serie überlege und dann vielleicht einmal die Woche, das ist ja auch so ein bisschen dann vielleicht Selfcare. Ich gehe raus und suche mir die und die Sachen raus und fotografiere die einfach mal, dass ich mir dann wirklich die Zeit dafür nehme. Und dann würde das auch wahrscheinlich eher passieren und mehr vielleicht auch dann, weil ich dann vielleicht eher einen Prozess dann auch erkennen, als wenn ich jetzt einfach mal spontan drauf los schieße, weil das mache ich dann eher doch nicht. Du hast natürlich, wenn du sagst, du studierst das, du lernst das, bist in der Ausbildung, das ist natürlich schon ein Vorteil, dass du weißt, was Blendezeit und ISO ist. Also damit kennst du dich aus, du weißt, was man einstellen kann. Im Vergleich zu anderen, die die Automatik vielleicht auch brauchen, weil manches dadurch leichter wird. Also du weißt, was passiert, wenn du das um einen Lichtwert veränderst und an der anderen Stelle vergisst nachzujustieren. In der Regel ist es lucid. Wenn du dieses Ding in die Hand nimmst, du hast jetzt in Nürnberg damit fotografiert, du bist zumindest die meiste Zeit damit herumgelaufen und hast es ja auch die meiste Zeit in der Hand gehabt. Und ich habe nur gesehen, Tim hat dir immer wieder irgendein Objektiv gegeben oder du gewollt oder wie auch immer. Was wiegt mehr? Siehst du es und sagst, du fotografierst oder nimmst du die Kamera und sagst, jetzt sehe ich es, weil ich die Kamera in der Hand habe. Denn wenn man sagt, Lischer lernt Leica, dann ist das ja zwei Möglichkeiten jetzt in der Fotografie. Und es ist gerade in diesen ganzen Internetwelten, so diese Diskussion, gerade in Branden, beziehungsweise in meiner Blase oder in meinen benachbarten Blasen, so, wie wichtig ist jetzt die Kamera? Wir sollten uns wieder zurückziehen auf die Ergebnisse, die bei dir vielleicht nicht einmal scharf geworden sind im ersten Moment. Wobei, wir sagen dann als Leica-Fotografen, das ist dann Kunst. So, das kannst du jemandem mit Autofokus aber nicht erzählen. Aber zurück. Das heißt, wie wichtig ist es im Moment gerade, wo du das lernst, wo du dieses System kennenlernst oder die Marke kennenlernst, wie wichtig ist das Ergebnis des Bildes im Moment überhaupt für dich? Oder schiebst du das gerade ein bisschen zurück, weil es Spaß macht, das Ding zu bedienen? Ja, also wenn es sich jetzt irgendwie, also es kommt ja darauf an, aber es passiert natürlich einmal, dass ich irgendwie ein Motiv sehe und denke, boah, das ist so ästhetisch, was möchte ich jetzt irgendwie hier einstellen? Oder einen Moment mit meinen Freunden oder mit Leuten, die ich gerne habe oder auch die ich nicht gerne habe. Ich sage, okay, das ist gerade irgendwie cool. Irgendwie möchte ich, wie gesagt, das dann einfangen. Dann fotografiere ich und dann freue ich mich schon, wenn das ein einigermaßen scharfes Bild ist oder man wenigstens erkennt, was drauf ist, damit ich halt auch weiß, was das war. Also, um nochmal auf die Erstkarte zurückzukommen. Aber ich finde aber auch total oft, dass ich jetzt irgendwo auf einer Straße bin oder irgendwo auf einem Platz und ich denke, boah, jetzt gerade, ich bin voll überstimuliert, hier sind überall Leute, ich weiß gar nicht, was ich fotografieren soll. Wenn man dann so durch die Kamera durchguckt, hat man ja direkt dieses kleine Fenster und dann guckt man und dann denkt man so, ach, oh, das ist ja doch was, was ganz cool aussieht. Oder der Rahmen schafft dann ja das Bild. Innerhalb dieses Rahmens wird dann eine Geschichte erzählt oder passiert dann irgendwas, das dann halt spannend wird. Und wenn das jetzt nicht mega bombenscharf ist und nicht direkt in dem perfekten Ausschnitt, ist das okay, weil dafür mache ich das ja, um das zu lernen. Denen Ausschnitt kann man anpassen oder dann auch nochmal ein bisschen so nachjustieren, ein paar Dinge. Aber ich habe schon gerne dann, wenn ich was mache, mache ich es schon gerne richtig. Wenn du jetzt von dem Rahmen sprichst, wo du durchschaust, ist das etwas, wo du mit deiner, ich glaube, Canon war das, wo du vorher fotografiert hast, die gleichen Gefühle hast oder macht da doch Laika oder DM etwas anderes mit dir? Eine provokante Frage im Laika-Into-Sers-Podcast, ich weiß, und wir werden geköpft werden für die Frage. Aber ich will es hören. Da gibt es auch eine Antwort. Also die, ich muss sagen, es ist ähnlich. Also weil, woran ich total Spaß habe, die Canon mit den super fetten Teleobjektiven und dann guckt man da so bis nach ganz nach, und dann denkt man so, wie cool ist das, dass ich jetzt hier stehe und da das, also irgendwie finde ich das spannend. Aber bei der Laika mag ich wirklich super gerne, durch die Suche umgucken, weil ich finde das so cool. Ich finde das irgendwie eine coole Art und Weise, ach, dann kriegst du was rauszustellen. Aber vom Gefühl her ist es schon trotzdem was ähnlich, weil es ähnlich ist, weil es halt einen Rahmen bildet. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt auf der Laika mir die Bilder angucke, weil die Laika auch einfach viel ästhetischer ist und mit viel mehr Liebe als so eine Canon, finde ich. Wenn ich mir dann die Bilder auf dem Bildschirm angucke, ist das, finde ich es viel schöner und viel interessanter und spannender, als wenn ich es auf dem Canon-Bildschirm mache. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich automatisch mir mehr Zeit nehmen möchte, weil ich irgendwie die Kamera werbschätze. Weißt du, wie ich das meine? Ich glaube, aber ich frage nach. Wir reden jetzt nicht von dem Bild, das du einschaust, sondern wir reden jetzt von der Hardware, also von der Kamera. Was spricht dagegen, die Canon nicht langsamer zu bedienen, anstatt in den Vollautomatik zu Modus zu schalten? Das kannst du mit Canon genauso mit Laika. Du kannst die auf manuell stellen und dann hast du auch Blendezeit und ISO, egal welche Kamera du hast, bei Analog so und so, die sind so und so alle dumm. Ja, also hohe Dinge, wo ein Film hinten dran hängt und vorne ein Objektiv. Was, kannst du das beschreiben irgendwie, wenn Lisha Laika lernt, warum Laika? Und was jetzt für dich diese Wertschätzung anders ist? Ja. Kann ich nur das Geld zahlen? Absolut nicht. Also es geht, also bei der Canon ist natürlich, könnte ich theoretisch, passiert auch mal, also ja okay, das Autofokus hat mich schon eigentlich immer an, aber die ISO und so stellen wir auch selber ein. Wenn das jetzt ein Raum ist, wo die Belichtung gleich ist, dann stellen wir schon alles selber ein und machen halt nur den Fokus auf Auto. Aber irgendwie reizt mich das nicht so mit der Canon, das zu tun. und weil man, das ist ein persönliches Ding von mir, weil ich es halt einfacher machen kann, mache ich es einfacher. Weil dann habe ich, also dann nimmt mir das den Spaß irgendwie raus, das zu tun, wenn ich weiß, ich könnte auch anders, vielleicht komme ich mir irgendwie komisch bei vor. Und ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, hibbeliger, hektischer Mensch, mal hier, mal da und so sprunghaft und bla, 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 bla. Und ich finde das irgendwie cool, dass ich so ein bisschen gezwungen werde, die Laika, mir den, diesen Moment zu nehmen, weil ich es machen muss und dann gefällt es mir. Wenn ich ganz die andere Wahl habe, gefällt mir das und dann freue ich mich darüber, dass ich das jetzt so machen muss. Ich weiß nicht, einen Satz zurückgehen oder zwei. Du hast gesagt, mit der Canon verwendest du Tele, also das heißt, du bist hier im Voyeurismus tätig, gefühlt weiter weg, holst das alles näher. Das ist ja etwas, was die M gar nicht kann. Also bei 135 ist de facto Schluss ohne irgendwelche Adapter, wenn es um die Objektive geht. Aber die Domäne ist ja sicher eher so der Abstand in der Nähe, also mitten im Geschehen zu sein. Das sind doch zwei komplett andere, andere Gebiete, die du da fotografierst. Deswegen fällt mir das auch noch schwer mit der Laika, weil also jetzt Freunde und Familie und Arbeitskollegen zu fotografieren, fällt mir überhaupt nicht schwer. Da kann ich auch so vor dem stehen. aber wenn ich jetzt Event, also ich muss ja, ich werde jetzt auch immer wieder mehr gezwungen oder ich werde jetzt auch selber auf mal ein bisschen mehr weitwinklige Objektive zu benutzen oder ich soll ja auch alles machen und mache ich auch gerne. Manchmal macht mir das auch Spaß, aber da muss man ja dann auch wirklich näher dran und das ist bei manchen Events, fällt mir das total einfach und da kann ich, schiebe ich drauf los, mir ist das egal, manchmal ist mir das ein bisschen unangenehm und das, glaube ich, dann, ja, jetzt habe ich schon einen Punkt vergessen. Die Frage ist, wenn du mit Canon, also mit Tele oder nicht mit Tele fotografierst, warum, oder, was das, warum das an der Kamera liegt. Ja, du könntest doch an die Canon genauso ein 35er, ein 28er, ein 24er. Ach so, ja, mache ich ja auch. Aber mir gefällt das irgendwie, mir gefällt das irgendwie einfach, das beweise ich mich, kann ich es dir eben nicht sagen, das ist ein Gefühlsding. Ey, keine Ahnung. Lassen wir das, wir lassen das so. Du hast zwischendurch gesagt, du redest von Vlog, Blog, was immer, was machst du jetzt, wenn wir jetzt sagen, Lichalent, Laika, da wird ja jetzt was draus entstehen. Also nicht nur wir zwei werden reden und wir haben im Vorgespräch schon erzählt, wir werden schauen, dass wir das in irgendeiner Art und Weise, nein, nicht wir werden schauen, sondern ich werde schauen und deinen Weg verfolgen und dich zwischendurch einmal hierher bitten, zum Gespräch, damit du mal erzählst, wie weit du denn gekommen bist, was die nächsten Schritte waren. Aber gibt es da sowas wie so eine Art, ja, Redaktionsplan ist vielleicht übertrieben, aber gibt es einen Projektplan? So Lichalent, Laika, beginnt in Nürnberg an den Erlebnistagen, einmal so eine Community kennenzulernen, um zu wissen, da gibt es mehr wie nur zwei, die das machen, so Verrückte. Dann kommt da dazu, dass man den Podcast macht, dann kommt dazu, dass du eine Aufgabe kriegst, dann kommt dazu, dass du deine erste Ausstellung machen darfst, dann kommt dazu, dass du eine eigene Kamera kriegst, dann kommt dazu, ich weiß ja nicht, aber hast du da so ein hinter dir an der Wand so versteckt, umgedrehten Zettel, wo dann so die nächsten fünf Jahre drauf sind, was werde ich jetzt tun, sowas in der Art? Gibt es sowas? So ganz grob, ohne dass du dich festnageln dran? Also ich bin jetzt gerade persönlich sehr eingefahren, deswegen habe ich gerade noch nicht so die Zeit dafür, aber ich hätte total Lust an mir zu arbeiten und halt auf ein Projekt mal wirklich von Anfang bis Ende vielleicht auch mal durchzuziehen. Den Vlog von den Nürnberg Like a Day habe ich auch schon fertig und da geht es aber jetzt. Das ist ein Video, oder? Genau, ein Vlog ist das dann. Machst du jetzt das Textvideo? Genau, ich habe auch, wie gesagt, so eine kleine Website mit Ken bei FFR-Stell da so grob mal reingeschrieben, was ich so mache und weiß auch nicht, wie viele Vlogs ich da noch zeitlich schaffe, habe bis jetzt aber wirklich nur das und auch keinen neuen Content vom Neuen ausprobieren. Hier im Oktober um, möchte ich mir die dann nochmal vielleicht schnacken die Leica von Adrian und überlege dann, die Leica sagt mir, vielleicht mal irgendwie eine Serie, die man machen kann oder irgendein Motiv, auf das ich Bock habe und dann werde ich gucken, dass ich mir feste Termine in meinen Kanäle eintrage, wo ich dann halt einfach fotografiere, wo ich die dann auch wirklich in die Hand nehme und rausgehe und ja, dann vielleicht mal so alle vier bis sechs Monate ein Update gebe, ob das jetzt über Vlog ist oder ein Blog oder ein Podcast und so viel kommt, sehen wir dann. Aber es ist so ein bisschen go with the flow, ich möchte das also lernen, aber ich möchte auch das machen, was mir Spaß macht und zu dem Zeitpunkt, wo es mir Spaß macht, mich nicht das so zwingen. Und deswegen schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Richard, das passt nicht. Auf der einen Seite möchtest du go with the flow machen, schauen, wo der Weg hingeht. Auf der anderen Seite tragst du dir am Kalender fixe Termine ein. Ich muss heute fotografieren, so wie ich muss bei der Versicherung anrufen, um die Polizei zu verlängern. Das sind zwei Dinge, die für mich an der Stelle so überhaupt nicht jetzt zusammenpassen, denn du sprichst gerade von den Gefühlen, von dem go with the flow und das ist nichts, was du dir im Kalender alle 14 Tage schreibst. Heute muss ich drei Bilder machen. Deswegen möchte ich mich da auch nicht so sehr festnageln. Also ich will jetzt auch nicht sagen, wenn ich die Kamera in der Hand habe und rausgemerke, okay, das wird nichts. Oder, also beziehungsweise der GIF nicht mit dem go with the flow meine ich gar nicht unbedingt das Fotografieren selber, sondern auch so ein bisschen, dass wie viel Zeit ich mir jetzt nehme, darüber zu sprechen und zu treiben. Oder es ist ja auch immer nochmal so ein bisschen, wie geht es, habe ich gerade persönlich die Zeit oder die Energie dazu, das jetzt auch noch rauszufragen, weil das ja auch nochmal so ein nächster Schritt ist. Wenn ich jetzt die Kamera in die Hand nehme und merke, okay, das wird hier halt nichts, dann lasse ich das und wenn ich die Kamera in die Hand nehme und das mir Spaß macht, das macht mir halt Spaß, aber ich persönlich brauche SEST-Dinge, damit ich Dinge überhaupt erst versuche. Das ist einfach meine Art und Weise, wie ich meine Struktur, wie mein Gehirn funktioniert und deswegen ist das die Hereingehensweise und das kann auch mal gerne ambivalent sein. Dann gehen wir her und hätten gern jeden Tag eine Stunde Fotografie auf deinem Kalender stehen. Wie viel Zeit hast du dir genommen, um mit dieser Leica so befreundet zu werden, dass du sie auch haben willst? Oder ist der Schritt schon vorbei? Der ist noch nicht da, der Schritt. Also ich habe Bock, ich habe voll Bock, ich bin auch froh, dass ich die habe, aber jetzt gerade habe ich noch zu viele andere Sachen im Kopf und das kommt noch, aber ich kann es ja nicht sagen. Sehr geehrte Damen und Herren, Lisha lernt Leica. Erstmal genau, Lisha lernt Leica, dann kann ja auch kommen, Lisha lernt Leica lieben. Lisha lernt Leica und hat keinen Bock mehr, kann ja auch passieren. Guck mal, jetzt bin ich auf jeden Fall noch motiviert und wenn ich mehr Zeit habe, habe ich auch nichts zum Fotografieren. Und die Leica ist jetzt halt einfach, dadurch, dass es was Neues ist, was ich davor auch nicht auf dem Schirm hatte, oft gehört habe, aber nicht auf dem Schirm hatte. Es ist auch einfach super spannend und wie gesagt, ich mag die Ästhetik total. Also die Ästhetik der Bilder und die Ästhetik der Kamera an sich und das ist, glaube ich, der Grund, der mich motiviert, das jetzt auch zu tun, weil ich könnte ja auch Lisha lernt Canon jetzt nochmal anfangen hier oder Lisha lernt Black Magic oder was auch immer, aber das reizt mich nicht so. Ich weiß aber nicht, wieso, ist ein Gefühlsding. Dann werden wir uns in, du ziehst im Oktober um, dann werden wir uns, schauen wir uns, dass wir uns dieses Jahr noch einmal hören und du uns erzählst, was aus deinem Gefühlsding geworden ist. Wir wünschen dir und ich erlaube mir das jetzt im Namen dieser Hörerinnen und Hörer zu machen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Mir persönlich wünsche ich, dass Lisha lernt Leica dort Leica bleibt. Ganz klar egoistisch, dass da nichts anderes steht und alles andere, was hinten nach an Adjektiven und kommt, ist mir ganz egal an der Stelle. Sehr geehrte Herren, danke Lisha, dass du hier Zeit gehabt hast. Lisha lernt Leica. Danke dir. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.